Es gibt vor allem zwei Arten von Allergien. Nahrungsmittelallergien und Umweltallergien. Wenn dein Hund im Frühling, Sommer oder Herbst Juckreiz bekommt, reagiert er wahrscheinlich auf saisonale Umweltallergene. Wenn die Symptome jedoch über einen längeren Zeitraum anhalten, ist es wahrscheinlicher, dass er auf etwas Konstanteres in seiner Umgebung oder auf etwas in seiner Ernährung reagiert. In diesem Video nehmen wir dir vier Auslöser, die du unbedingt kennen solltest. Experten sagen, dass zu den häufigsten Auslösern Unkrautpollen wie Ambrosia gehören, eine hartnäckige Pflanze, die leicht auf Feldern, an Straßenrändern und auf unbebauten Grundstücken wächst. Jede Pflanze hat bis zu einer Milliarde leichter Pollenkörner und diese können extrem weit fliegen. Doch das ist nicht das Einzige, was dein Hund zum Niesen bringen kann. Jetzt folgen die vier Allergien, die am häufigsten auftreten. Nummer 1 – Flöhe Ein Flohbiss kann einen allergisch reagierenden Hund zwei Wochen lang unter Juckreiz leiden lassen. Dies ist die häufigste Allergie, die meist am Rutenansatz beginnt. Nummer 2 – Nahrung Jedes Protein kann zu einer Allergie führen. Futtermittelallergien machen etwa 7% der Allergien bei Hunden aus. Um sie zu diagnostizieren, empfiehlt dir dein Tierarzt wahrscheinlich eine Ausschlussdiät. Somit wird herausgefunden, auf was genau dein Hund reagiert. Nummer 3 – Kontaktallergien Sie entstehen in der Regel durch Pflanzen oder Gräser und führen hauptsächlich zu Reizungen an den Pfoten oder an den haarlosen Stellen an der Unterseite des Bauchs. Und Nummer 4 – Umweltallergie beziehungsweise Atopie Sie ist in der Regel saisonal und wird durch eine Vielzahl von Allergien in der Luft verursacht. Atopie kann mit Heuschnupfen bei Menschen verglichen werden, aber bei Hunden verursacht sie juckende Haut. Zu den bekanntesten Allergien gehören Gräserpollen, Blütenpollen und Haustaubmilben. Möchtest du jetzt noch wissen, warum dein Hund scheinbar ohne Grund bellt? Dann schaue dir unbedingt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Vergiss auch nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit du kein neues Video verpasst.